Die Mascham sind noch ein paar Kinder, auf ein Juni Peisig. Ich will ein bisschen zu nehmen, die Indien für Self-Cleaning Oven. Es ist ein starkes Gegenteil, wenn man es auf Peisig Self-Cleaning Oven ist. Die Mascham ist durch Abunam, mit Pupu-Rufs-Cleaning Oven. Er hat eine Ehre gewöhnt von Mejira und Ruhe. Nachher hat er Michael gewöhnt. Er hat sich in der Neuze, wenn er Rosi kommt. Er hat Eides, wie er gewöhnt hat, er bringt ihn auf Eides. Er hat Michael gewöhnt. Er hat eine Mäusche, mit der Nacht in der Ruhe. In der Mascham ist die Mascham nicht für die Menschen, die Mascham sind die Mascham und die Mascham sind die Mascham. Ich will es nur ein bisschen zeigen, wenn ein Kind ein Kleiner beschenkt, in der sie Busch im Motor hoch werden, in der sie reimpft. Aber zu versuchen, woher ist der Wert? Wo ist die Mascham und die Mascham ist das vor? Wo ist das für die Mascham, wo ist die Mascham? Die Mascham ist die Maschamkeit, wo Sie ein Maximum bewegen können, nach 100 Grad etc. Ich weiß nicht, dass ich mehr von dem kennenzulernen kann, weil es hier in der Türme steht. Der Türme steht nicht. Wenn man nicht kommt, dann steht es nicht. In der Zeit ist es, dass man etwas in dem Mantel platzt, das ist sehr deutlich. Ein Öfen in Sommeraklau, als geboren Kachpolte. Wenn man sagt, wenn man es anbaut, dann sagt man, wenn man es ausbaut. Bei mir ist der Luch, als jede Sache wird angesagt durch Feier, durch Heid, Heid, Heid auf Geheim und Eis, darfst du rauskommen durch Geheim und Eis, durch Heid, durch Feier. Zache, wenn es die Angelegenheit gibt, durch Wasser, ist nicht Kagoula, wir wollen es nicht durch Wasser, kannst du rausnehmen auch durch Heißwasser. Wie wir sagen, Heißwasser mit Klierischen, das ist dann eine Klierischen. Aber wenn es die Angelegenheit gibt, mit Wasser ist, dann fährt er allein. Zache, wenn es die Angelegenheit gibt, durch Erie, ist, wenn es die Angelegenheit gibt, die man auch durch die Angelegenheit mit Erie, oder dann ist es ein normaler Blieh. Aber wenn es die Angelegenheit gibt, dann ist es einfach so, Oibas ist eine Sache, wenn es die Angelegenheit gibt, ist, dass die Angelegenheit durch Wasser, kann man machen eine Klier, und Oibas will Menschen leben, kann man nicht machen, weil Leben ist noch stärker. Das ist Leben kalt. Leben kalt, steht nicht nur gemein, als wenn die Kappstur, es wird heiß, in der Kappstur von den Drossen, wird es, wenn es die Angelegenheit gibt, das heißt Leben kalt. Wenn man Leben kalt, wie man alle kennen, kann es machen, Agula auch, ist Leben kalt noch alles besser. Wenn man kann, kann man machen Leben kalt. Wenn man sich lange nach Feier, hat man kein Leben kalt, dann muss man Leben kalt. Was heißt Leben kalt? Wenn Mama ist, sie wird reut, die Luzung, sie wird reut, oder sie wird Nikola, sie wird ungeschaltet, die Heiligen kalt, das ist ein sehr hoher Degere. Eins nehmen wir um, bei sehr klein, als Leben kalt, ist es bei 700 Degere. Bei meiner, bei meiner, kommt ja zu uns eine Frage, als Oib, hat eine Regel offen, wo sie nicht gehen, bei 700 Degere, kommt auch, dass du nicht mit Leben kalt. Du hast es genutzt, mit Feier, hast es genutzt, dass du nicht mehr abliefst, bei einem Feier, missen sie auch mit Leben kalt. Leben kalt nicht nur, wenn sie ist, at least 700 Degere, in der Schöne kommt es zu 700 Degere, weil sie normalerweise kommen, in der Schöne kommt, in der Schöne kommt bei sich. Was denkt man, man heißt, man soll das Ous brennen, man klingt das Ous, man brennt das Ous, und man nimmt es nur mit der Insel. Man kann keine Baks, in dem Leik, in der Ous, und in dem Baken. Das ist ein Geist, wenn du in der Schöne kommt. Ein Self-Cleaning Ous arbeitet anders. Es ist ein Geist, dass wir immer noch viele Kleinen wollen, die Kleinen wollen. Kann der Heiz aufgehen über 900 Degere, nah in 50? Das ist echt ein Leben kalt. Ein Leben kalt. Das ist ein Geist, wenn du in der Schöne kommt, wenn du in der Schöne kommt, wenn du in der Schöne kommt. Dann muss man einen Top, in der Schöne kommt, in den Schöne kommt, in den Schöne kommt, oder in den Stein, in den Schöne kommt, in den Schöne kommt, und in den Schöne kommt, in den Schöne kommt. Handige Schöne kommt, das ist einfach wie es ist, Enginheer oder Techniker, weil mögliche Metal sind gefalls mehr Lüfte. Das ist ja auch noch ein Lüfte. Wenn man es verbrennt, dann sind auch mehr Lüfte. Aber der Degree, der Degree, das wird erweiggestellt, bis als Lieben Gummer, ist bei Erich 700 Degree. A Self-Kinning-Oven-Guyte, 9, 150. So, bei mir ist es sicher, dass ein Lieben Gummer auch alle da ist. Wo ist das Problem? Das Problem hat sich um die zweite Sache. Das ist die erste Sache, die man denkt an. Der alte Rebbe sagt, dass man eine andere Sache, die logisch ist, ist, dass ein Mensch hat eine Kiste, die es gemacht hat für die Kerstin. Oder eine Sache, die es gemacht hat, nicht die Kerstin. Und ich will es sagen, dass die Kerstin nicht zusammen denkt. Die Menschen denken, dass sie nicht die Menschen mit ihnen kommen. Nur die Menschen kommen mit ihnen, sie kommen zu den Kiffchen. Denn sie sind in der Kiffchen, und sie werden dann auch in der Welt leben. Nur, wenn sie das machen, dann können sie es nicht mehr so platzen. Dann können sie es nicht mehr so platzen. Aber sie werden nicht mehr so platzen, sondern sie werden dann gleich geholfen, in der in de in de klagher, das habe ich keine Wurden geplaatst, weil es sich daran gibt. Meine Damen können ich sehen, das heißt, das ist eine andere Wette. Nein, es schweigt nicht genug. Ich nehme an die Wurden, das ist in die Wurden. Wir behalten es in die Wurden, das ist so schön, das ist schön, das hat nicht kein Problem, das ist zu platzen. Mein Wurden, das ist mein Leben. Kim, der alte Rebbe, der alte Rebbe sucht, okay, wir bringen mir nur die alte Rebbe, was ich keine Wurden geblieben. schweig. Ich tue nicht in der Aluf, sie fiet, das ist die alte Rebbe so. und das ist in der Schlacht. Aber, die Schlacht ist, wenn es ein Leben gibt, das ist nicht Platz. In der Schlacht gibt es, aber es gibt Platz, es gibt es ein Platz. Es gibt es, wenn es nicht ein Problem ist, sondern es gibt Platz. Wir machen uns jetzt, dass es nicht mehr zu tun ist, wie wir es nicht mehr zu tun haben. Es gibt es nicht mehr zu tun, wie wir es nicht mehr zu tun haben. Wenn wir uns nicht mehr zu tun haben, Das ist klar, das ist der Klau. So, jetzt so, klien in Matkis, ja, der andere Rebbe redet, du kennst den Kain, wo es bei Aitzen ist, es ging in Klai im Kau. Später, wird er so ksief, und wird er so, Bukhia, Chommer, am Ende, schatabbuchhia, wie hier Kli, er aussieht mit Löweinem, wie immer Löweinem, bei Ofer. Wenn er sich in den Kitz, wo Oifen, in den Tag, in den Tagen, in den Tagen, wenn er sich in den Kitz, ein Angriff, nicht in der Pfalz, oder der Herzig ist. Wie schon gesagt. Aber wenn man hört sich, wenn man mit einem Geheimdienst oder wenn man mit einem Geheimdienst hat, dann ist es besser. Sollte die alte Rebbe. Die alte Rebbe, die sagt, die kennenzulernen und die Lamse an der Keile wo es die Bleer sind und inwendig in der Feuer, das ist von den Rosen. A Top, lass mich sagen. Lass mich sagen, du gehst auf Top. Oder du gehst auf Oven, lass mich sagen, du gehst auf den Oven, wo es in den Feuer brennt, aber du gehst auf den großen Blech, du gehst auf den Krempeldeck, alle Restaurants, und du gehst auf die Sache, und du gehst auf die Sache, und du gehst auf die Seite, du gehst auf die Seite, du gehst auf die Seite, die Feuer brennt von unten. So, die alte Rebbe haben, weil die Feuer ist da, und die Hummels ist da. Weil die Feuer ist da, die Hummels ist da, und du gehst auf die Seite, wie die Hummels ist da, die Hummels ist da, und du gehst auf die Seite. Heute haben wir noch nicht gesagt, dass wir nicht sagen, dass wir keine Sache durch die Seite haben, wir sind auf die Seite, wie das ist bei der Gemeinde, und das ist das Problem. Andere Posten kommen, so nicht so. Andere Posten machen, wenn das alles geht bei der Klinge, und das Klimatisch ist da, wir werden uns zu tun, wir werden uns killen, aber wenn wir uns auf die Seite haben, dann können wir uns auf die Seite haben. Und das Klimatisch ist, ich weiß nicht, aber es soll kennen, wenn die Feuer ist da, wenn wir die Feuer auf die Seite haben, dann haben wir keine Probleme. Aber meine, lass uns jetzt eine Selbstklinik nehmen. Ja? Ich will jetzt fragen, wie liegt die Feuer? Die Feuer liegt unten. Ja? Die Feuer liegt unten. Wie liegt die Klinge? Die Klinge ist in der Max. Die kommt auf die Seite. Sie sagt, dass dieser Lebenssamm nicht bei uns geöffnet, wie es beäten ist, wie sie zu der Feuer. Wo meine Erkommung in der Alter haben, heute hat kein Element in der Gemeinde, die kommt auf die Seite. Er ist nicht in der Selbstklinik. Aber was denn? Ich weiß nicht, dass alle die Leute haben die große Probleme in der Selbstklinik geöffnet. In diesem Punkt, wenn man ein Effekt nach der Schule, von einer dieser Schule fragt mich, dann schicken Sie die Hust, ein Element inwändig in der Feier. In der Ofen. Sei es an Gott, weil es so ein Bräuel. Bräuel ist ein Schad, wenn es so ein Bräuel mit Feier ist. Wenn man das kommt, muss man ein Element inwändig sein. Wenn es so ein Bräuel ist. Wenn man das so sieht. Wenn es kein Element inwändig ist, ist es so ein Element inwändig sein. Wenn es nicht nur die alten Reben gibt, wenn es die Prümer gut ist, wenn es andere Päuschen nicht mehr gibt. Wenn es so ist, ist die Feier nicht bei uns im Mücken, wie es angesagt ist. Wenn es so ist, wenn es andere Päuschen nicht mehr gibt. Wenn es so ist, wenn es so ist, wenn es so ein Problem ist, ob es so ein Element inwändig ist. Einer Meinung nach sind die alten Reben, also viele haben das Element inwändig. Aber wenn es so ist, wie ein Bräuel steigt, wenn es so einen Element inwändig ist, wenn es so ist, wenn es so ist, wenn es so um die gute Form, weil es so ist, wie sie so sind. Wenn es so ist, Aber normalerweise, man kiegt was, dass die alte Reben bei kleinen Masken so hat. Also ist es ungemäß, wenn die alte Reben passen, dann müssen sie alles ausmachen. Aber heute hat man ja element in der oven, die alte Reben gedacht, man kann es nicht machen. Weil es ist feier, und es ist nicht in der Degree. So muss man das Problem haben. Das Problem ist, wenn man die alte Reben will, wenn man die alte Reben besucht, sie kommen mit einem Kind. Wie hat man gesehen, als er sagt, dass man kein Kaschen durch die Reben ist. Jetzt hat man gesehen, als er sagt, ich liebe mich durch die Feier. Aber keiner weiß, dass er sagt, man kann kein Kaschen durch die Reben ist. Die Feier ist nicht in der Wind. Die Heat ist in der Wind. Bei meinen, tanzen. Bei meinen, aber so. Bei meinen, wenn man die Reben ist, dann sagt er, die Feier ist nicht in der Wind. Es ist ein bisschen heißer, wie es war, nur in der Degree. Und er sagt, wenn man die Reben ist, wenn man die Reben ist, dann sagt er, wenn man die Reben ist, dann sagt er, nicht in der Wind, sondern ein Begriff, wenn man die Reben ist, dann sagt er, dass er nicht in der Wind, auf der Mose Geschichte, wenn man die Reben ist, das sei schon mal. Und wenn man die Reben auf dem Weg dann sagt er, wenn er das Bede wird, wenn er eine Reben ist, geht in der они. Wenn man die Reben ist, dass er nichts zu wollen. Wenn man die Reben ist, der nicht in der Mose Geschichte, wenn man die Reben ist, dann sagt er, wenn man die Reben ist, Ich sage die Gulen mit Bufnum. Ich sage die Gulen, die Gulen in der Welt, all the way. Ich sage die Gulen, dass sie nicht mit Feier sind. Sie sind mit Feier, Mama. Die Gulen heißt, so to speak, Gulen. Das heißt, wie wir Feier. Aber ich sage die Gulen, dass sie nicht mit dem Alter haben. Wenn die Kinder haben, dass sie nicht mit Feier sind, dass sie nicht mit Feier sind. Das ist die Gulen, dass sie nicht mit Feier sind. Das ist wegen der Gulen. Also, die Gulen zeigen, dass sie nicht mit Feier. Auch eine andere Sache ist zu clutch. Man hat das Gulen gesagt, dass sie nicht mit Feier ist. Man kann nicht die Gulen aus dem Ort gut machen. Und ich sage die Gulen, dass sie nicht mit Feier sind. Die Gulen ist, als ich selbstbewusst, dass ihr ein Gulen mit Feier haben, dass sie für andere Dinge tun, wenn sie mit Feier sind. Dann können wir mit Feier auch nicht ein bisschen. Ich sage die Gulen, die Kkeln, die Kkeln gibt, Das ist auch ein bisschen ein bisschen ein bisschen Aber wenn man sich an der 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 Aber die Sache ist, an Simmertufs haben wir alle gelernt, weil in dem heiligen System, wie wir gelernt haben, haben wir gehört, an Simmertufs haben wir für die erste Läden. Das ist der alte Rebbe so. Und ich meine, du hast deine Kinder. Der alte Rebbe ist dort, und wir gehen ein paar Matze. Die alte Rebbe so. Die Kinder werden die Veräilerung unter die Arbeit. Die Kinder werden BloodET um in der Rebbe. Die Kinder werden mit einer Grunds Economy sein, die sie nicht mehr haben. Sie gehen durch die Kraft... Sie gehen durch die Kinder und die Kinder. Sie wissen, dass sie so sehr viele Menschen machen. Sie gehen durch die Kraft und das Leben weiter. Sie gehen durch die Kraft! Sie gehen durch die Kraft! Ein einfaches Knuder um eine Empfehlung zu machen. Wenn wir sie ein einfaches Z essentialesということ machen, ist es einfach für Sie eine andere Övne. Alles, dass sie nicht unter dem Japan ist, so dass sie sich, wie Menschen mit den Schrauhen lassen können. Dann haben sie uns einen einfachen Schrauhen, wenn sie ein Schrauhen haben, dann doch einfach die Schrauhen oder 24, wenn sie nicht mit den Schrauhen machen können. Ich will nicht als es kassher mal amit hohem leisch ich will also all over faffuz aber in der ganze Zeit wenn ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich wieso, wie diere ich richtig gut und wir essen das alles wir kommen alles auf alle auf und die Zeit, die sie haben und die Zeit vielleicht führen sie, wenn ihr es auch nur mit den Augen zu essen, dass ihr alle auf alle auf und das jetzt wenn ihr ansehlt, wenn ihr das noch nicht auf alle ganzen Stadt ihr habt die Liebe, die Menschen die Menschen auch alle auf und die Menschen dann die Liebe haben alle auf und die Leute Es wird nicht mit der Zeit gemacht. Dann wird sie wieder gewöhnt. Aber sie wollen nicht nicht gewöhnt, sondern sie wollen nicht gewöhnen. Sie sollen nicht hier arbeiten, sondern sie werden nicht im Leben nicht gewöhnt. Ansonsten alle hier im Leben kommen nicht mehr zu. Die Leute werden immer auch machen. Wir können nicht sagen, sie werden die Schieße, sie sind in der Knie. Aber sie haben nicht gesagt, sie haben sich etwas Feier, sie haben sich ein Feier. Für wie in Russen? Weil der Altera besucht, sov, sov, also ich will, dass sie ein Eis betochen, sie darf sie mir vernehmen. Sie sind natürlich in der Heimau Eis auch nicht. Sie schämen Eis, aber sie sind nicht gewähnt bei unserer Zeit. Das ist das. Das ist gerecht. Aber der Altera sagt, ich will noch eine Kinder. Aber wenn ich die Eltern sagen will, ich habe dasselbe Zeit, dasselbe Zeit, dasselbe Zeit, dasselbe Zeit ist, dasselbe Zeit, dasselbe Zeit. Aus dem anderen Sachen will ich ein Problem. Man kennt sich, bei einem Sachen, wo man die Dinge kennen, wie in der Zeit in Nitteggfried, und wenn man immer wieder so macht, nach dem anderen Sachen will ich ein bisschen machen. Als man bald sov, bis die Jahre in die Zeit stößt, dann kann ich das und die Zeit nicht auf der verkeerte Zeit. Ich habe gerade mit dem Jussel, Als ich könnte, wenn ich meine Mutter gedacht habe, das ist die Mutter, der ist vor allem, dass die Mutter eine Agora, die Mutter sich schafft, das ist die Mutter, und ich finde es auch ein praktisches Ich bin ein praktisches Führer. Man weiß nicht, wie groß die Kalle ist. Man weiß nicht, wie groß die Kalle ist. Man weiß nicht, wie die Kalle ist. Stell dir vor, ein Mensch hat eine Kitchen. Das ist eine Commercial Kitchen. Der Top ist so groß wie der Tisch. Die Commercial Kitchen haben riesige Tepp. Und ich glaube, es ist magerlich. Wenn der alte Rebbe gesucht, sucht nicht der Luschen, weil man einen Insch hat. Es läuft einfach. Also oben, in der Top, es läuft einfach nicht. Es läuft einfach nicht. Es läuft einfach nicht. Aber nicht bei riesigen Commercial Kalle. Der alte Rebbe soll das wissen. Ich will die ganze Sache sagen. Sie sagen, ja, das ist alles. Aber meine, das ist unabhängig. Aber es ist einfach nicht so, dass man die Kalle ist, dass man ungefähr in Neubes nicht mehr mit der Kalle ist. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Der alte Rebbe sagt, als man sagt, dass man das weiß nicht. Aber es macht sich schon sehr, dass man nicht mehr mit der Kalle ist. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht, dass man sich nicht mehr mit der Kalle ist. weil erλλäge ich mich hier verweckt. Und man muss den Hälften, Man sagt, dass man die Kalle ist. und in der Insel, das ist nicht so gut, die Frau, die Arbeit macht, das ist nicht so gut. Und du nützt den normalen Ofen. Du sagst, du hast eine Pfeile, die ich nicht mehr in der Tome an mir, aber du sagst, es ist nicht so gut, es gibt keine Leitungen, alles geht an den Becken, aber du sagst, du sagst, du sagst, ok, aber du sagst, du sagst, Aber wie Jesus sagt, dass er ein Silberfeuer hat. Was? Nein, Wasser ist nicht. Es darf umleben. Ich will umleben. Aber ich habe nur ein Leben. Es hat einen anderen Degren. Der einzige Problem ist nur, ist das Tippen mit den Tieren. Die Tiere hatten sich Glus. Glus weiß immer, die Idee ist der größte Mensch in der ganzen Zeit, dass man keinen Kasten kann. Man kann keinen Kasten. Man kann keinen Kasten. Es ist eine ganze Zeit, wenn man die Maske hat. Glus die Tiere sind nicht. Normalerweise muss man sich in der Schule, wo man kennt Michael, man trinkt einen Kopf. Man trinkt Kava, man trinkt auch Tatei, wenn man das Fleisch schickt. man trinkt, man trinkt extra Kops, aber man kann nicht mehr wissen, was man kennt Michael. Aber wenn man trinkt, 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 Das ist auch nicht so gut, aber das ist nicht so gut, aber das ist nicht so gut, weil du bist in der Geschichte, wo du hast gesagt. Sof und sof ist die ganze Kabelkachpolte. Die ganze Blut ist auch, die kommen nur durch Zaya. Das ist nicht du, das ist nicht du. Es gibt direkt Kontakt. In der Stelle ist es nicht zu Zaya. In dem Moment, du gehst durch die Hagula, in der Mama von Lieben Gummer, sie können nicht mehr Platz sein, sof es ist eine Sache zufrieden, wenn du nicht so gut bist, wenn du nicht so gut bist. Aber ich sage, wir können nicht so gut zacken sein, aber einfach ein kleines Mal. Aber anyway, ich kann nicht mehr in Sachen Sachen, und wir müssen einfach wegzüllen. Der Glut ist einfach wegzüllen, wir nehmen ein dicker zilberpapier, wir gewotten den Salaan in den Zaten, um sich zu halten, weil wir nicht lange nicht so gut gebrennen können. Und dann kann man ja auch die Self-Gealing-Oven benutzen. Im Pareil ist wichtig, wenn wir im Kohl dazu 5000 machen, wenn man nicht mehr und es nicht auf die Salaan benutzen kann, oder wenn man den Salaan benutzt, wenn man ja auszubauen kann, Sie denken, dass sie eine ganze Zeit haben. Sie haben eine ganze Zeit. Ich habe mir auch in den Bevehlen. Sie sehen, dass sie ein Element in die Wand sehen. Sie sehen, dass sie die Wand, die Glühäte und ihr gut geht. Ich sage, sie werden die ganze Zeit verletzen. Wie lange sie nemen. Sie werden die Schuhe an der Tauben. Oder dass sie andere sagen. Aber das ist echt normal. Sie denken, ohne die der cycle arbeitet, also wenn es zwei Schuhe gibt, gibt es so einen 7er-Degrees. Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr ziehen, aber auch wenn wir sagen, auch wenn wir sagen, dass es zwei Schuhe gibt, was? Ich kann es verstehen. Sie wissen, Sie müssen sich, Sie müssen sich, Sie müssen sich, Sie müssen sich, wie du in der Öffentlichkeit hast. Bei mir, in der Schule, ich habe nicht gesagt, wir können nicht nur eine Schuhe stellen, sondern es geht den ganzen Cycle. Sie können auch, wenn es andere nicht mehr erwähnt. Sie sagen, es ist dabei, dass es ein Schuh ist, ein Schuh ist, ein Schuh ist nicht heiß, und wenn es vier Schuhe gibt, das heißt, das darf man schon ein bisschen bepaillen. Aber das Selbstkirchen geben, was ich auf meinem Stieb für die letzte Firma zu haben, ist es nur ein Selbstkirchen geben, und das führt den ganzen Cycle, und dann nimmt es zwei Schuhe, weiß nicht, was es ist, und dann endet es das Cycle. Aber ich will sagen, dass es ein heavy, heavy, echter Lieblinger ist, aber manchmal sind wir jetzt besitzen mit dem, ich muss das noch nicht zu denken. Das ist der Nekidelega-Beselven-Oven. Jetzt, wir haben die Induktion-Stoff, das ist das Popular-Letzens. Ich habe gesagt, wir haben die 50-60 Jahre, aber die Induktion-Oven-Letzens ist das Popular-Letzens. Und wir haben die Induktion-Oven-Mislemer-Kamplotiert. Induktion-Oven ist das Stoff mit der B'shatt. Als, können wir den Glas-Tab-Oven aufmachen. Wenn man die Induktion-Oven aufmachen, dann wird das Glut und das Eisert. Aber wenn man die Induktion-Oven hat dann zwei Jahre alt. Das ist ein Stoff-Tab. Die Induktion-Oven ist noch mehr. Als die ganze Sache kalt ist, nur wenn die Leute auf einem Metal-Tab mit Magnet sind. Wir haben dort einen Waren und haben sie gekocht. was das hier ist. Denn wenn man die Induktion-Oven ist, dann wird es außerhalb der B'shattung. Aber die Waren die Induktion-Oven ist, wenn man das hier auch einen Stoff mit der B'shattung hält kann, dann wird es so ein Stoff. Also ein Stoff-Tab. Wenn man so einen Stoff-Tab hat, dann kann man das hier auch ausprobieren. Das ist so ein Stoff-Tab. Dann wird es so ein Stoff-Tab, der B'shattungs-Tab ist. Das ist so ein Stoff-Tab, was wir sagen. Die Stoff-Tab, das ist so ein Stoff-Tab. Die Stoff-Tab, ich bin so ein Stoff-Tab. Es ist nur ein starker Indien, aber man soll es beklagen, dass man nicht in einem Lamm sein kann. Aber in Dachschen-Stoftab ist es noch mehr, noch größer als nicht. Natürlich ist es so eine kleine Schuhe, die Menschen kaufen, eine Regio für Gas, zwei Böner oder woanders. Man kauft es einmal für die nächste, wie viele Jahre. Es ist geschmeldet in die Probleme. Wie ist das zufällig? So ist es zufällig? Einiges zufällig ist es zufällig. In dem immer wieder zufällig ist es zufällig. In dem immer wieder zufällig ist es nicht zufällig. Wie ist es mit der Schuhe? Es bedeutet, es bedeutet, jeder Stofftab, es kauft die Körpersachen und es rinnt immer, es fällt in den Lacken. Es bedeutet, dass es zufällig ist, das Stofftab ist zufällig. Ich kann es nicht so weit auf die Reise gehen. Ich weiß nicht, dass du so weit weg bist. Ich kann es nicht so weit weg auf die Reise gehen. Es war nicht so weit weg. Es war nicht so weit weg. Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg. Ich habe zuerst angefangen, weil ich mir in die Zukunft von der Seele ist, so ich habe mich über den Aufmerksamkeit. Ich kann nicht jetzt das, aber ich kann nicht so weit weg. Ich kann nicht so weit weg, Ich habe eine Frage, warum man hier nicht so lange verdient. Und wenn ich hier nicht verabschiede hätte, wo bin ich jetzt verabschiedet? Ich habe mich mit ihm hier und ich habe mich über das Thema. Aber ich glaube, wenn ich das Thema sehe, es so ist die Sache, ich will ihn einfach nicht abwerfen. Wir müssen die Leute treffen, mit dem einen Schleunsch, mit dem anderen, wenn du sie behalten musst, wo ist dein Schal? Du bist der Schalber. Du hast dich alles aufgemacht, Ich habe hier gesehen, dass ich nur ein Einzelhaus neum. Ich habe es nicht gehört, aber hab ich mir gesagt, dass man immer einen Wasserbinderin und aber eben eine Blühe kauft und nicht einfach eine Loksation. Nein, das war mal. Doch! Loksation war der Runde. Nein, aber nicht wahr. Aber in Europa macht der Runde. Ja, genau. Aber dann müssen wir das Lemon observieren lassen. Doch zum Beispiel, die sie mit Geschenk besuchen und das haben wir gesehen. Wir sollten die Leute einfach nur mit einem Scheures aufkommen. Wir sagen, du bist in Nord Stream, du bist in Nord Streamer, du bist in Nord Stream, du bist in Nord Streamer. And ich bin in Nord Streamer. Am ich so nicht alles? was er sagt, was er redet nicht raus. Ach, das darf man nicht bewusst sein. Auch nicht. Präktisch, noch mal, praktisch mehr darf man fragen, die Macy's Company. Die Macy's Company ist, was er wird kommen sehen. Ist jetzt so. Ist du, was sie will tanern, als den Doktor auf den Begrall darf man nicht kassen, nur an dein Leben, nur an dein Leben. Fah, was will tanern? Die ganze Zeit, wenn es kalt. Was soll ich etablieren? Es fällt drauf heißer Lockchen, es fällt drauf, gießt dich immer, es fällt drauf auf dich. Ist es so. Ist es nicht mehr wie ein Leben, wie ein Eri. Weil bei diesem, die Sache ist nicht allein heiß. Es ist nur hinter der Top. Nein. Wenn du dort, wie der Top liegt, ist doch ein Platz, wie der Top liegt. Ja. Dort, wie der Top liegt, dort liegt du das Magnet, das ist mit Magnet. Das wird heiß. Aber noch mal, es ist der, was? Es ist der Platz, wie der Lösch, der Lösch, der Lösch, der Lösch, der Lösch ist kalt. Aber du hast nicht nur einen Platz, du hast nicht nur einen Platz, du hast nicht nur einen Asen, einen Metalligen Platz, wie wird es nicht heiß? Fleisch dann? Mies nur Mata? Ja. Mies nur Mata, ja. Mies nur Mata? Ja, warte, was heißt Fleisch? Du sagst, du sagst, du bist ein Leidig, wie dieses Kalt? Nein, 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 nein. Nur Metals, arbeiten mit Magnet. Nur Metals, nur Metals. Das ist ... In Momeile ist das Alltag. Lieben, gehst du auf heißes Wasser. Aber normalerweise gibt es andere Dinge. Die Tannen ist nicht so. Die erste Sache ist, was ich sage, wir können übernehmen. In einem Mal hat man übernommen. Ein bisschen. Sie können hinternehmen. Momeile. Das sagt man, an Momeile leben. In ... In ... Ich glaube, an Momeile Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Ein bisschen, das ist ein bisschen. In Momeile, wie die Eid sich zertet. In Momeile, wenn man die Eid sich zertet. In Momeile, wenn man die Eid sich zertet. Es gibt zwei Wege, die heiße Skaschen. Der erste Weg ist, man geht es mit Wasser. Man geht es mit Wasser. Und nachdem, wenn man nicht mit Wasser ist, man sieht, dass man mit einem Metal Top mit einem Top Wasser zu kochen. In Momeile, wenn man das Top ist, man sieht, das ist ein bisschen nass hinten. Und jetzt, wenn du ein Metal Top, wenn es heiß ist, kocht sich das Wasser, was du hinter dem. In Momeile, wenn man so etwas gekascht hat, ich halte es nicht praktisch, weil man nicht, dass du das Top automatisch es bleibt immer ein bisschen Wasser, aber es bleibt nicht echt richtiges Wasser. In Momeile, ich halte es nicht praktisch. Wer? In Momeile. In Momeile. In Momeile, ich halte es nicht nur bei mir, weil es heiß wird. In Momeile, in Momeile, das ist das beste Einzige, was man gesehen hat, wenn man ein Metal Top fülle es an ein bisschen Wasser. also, wenn man es nicht weiß, dass man es immer rinnt, wenn man es immer rinnt, wenn man es immer rinnt, wenn man es in der Mitte, ist es normalerweise cool oder klein. Es ist nicht alles irig. Jetzt müssen wir es auf heiße Wasser. Aber das ist so, wie es ist, wie es ist. Die beste Eizung wird gewöhnt, als wenn du einen Stein in die Eiswasser tappen und es wird gekascht. Ich weiß nicht, wie praktisch das ist. Wenn du den Pusher nehmen, dann gibst du den Eizung. Dann legst du einen Stein auf den Außen-Oven mit Wasser. Ich weiß nicht, was das ist. Football. Es gibt Monatide, was das nicht passiert. Es gibt seinen Fensterkoden. Wahrscheinlich haben wir auch das Oh apliciert. In Buddhist Anderson, die armour pioneers in unserer forests. In April keinem bellen Bürger war ein brechenari 언liness. Im Reichss floss muss uns mit einem solchen Kleiner. Das hörst du etwas mounted, denn nochmals Schalf. Ein Mensch kann breiten, ist der eine, die zwei oder die drei, wie man das Gerät hat. Oder man soll Wasser gießen, dann vielleicht nur noch in der Top, in der Sonne ziehen. Oder soll man reinlegen Wasser in der Tonne, überall noch in der Top. Oder nehmen wir noch einen Stein mit einem Glut mit der Dusse und gießen. In der Neusten soll man sich denken, dass die ganze Sache in den Ausstrahlen nur dort, wie sie ist, kommt der Magnet, weil es nicht kochen ist. Also wenn man es nicht kochen ist, es ist nicht kochen. Man muss ein Stück Lach machen und es nutzt. Jetzt haben wir noch gesehen, dass es nicht so schwer ist. Aber es wurde advertiert, dass dort eine neue Patente, die Technologien aufgelistet werden, hat eine spezielle Koffer, eine spezielle Koffer auf der deutschen Stovtab, wo es mit dem Koffer nicht alles kochen kann. Das ist eine Patente, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Manchmal kann man eine andere Hand aufbauen. Wenn man das in Amerika hat, das ist sicherlich in einer europäischen Stovtab, das ist sicherlich in einer europäischen Stovtab. Wenn man das in Europa kennt, kann man es schaffen. Das ist die beste Sache. Das ist die beste Sache. Das ist die ganze Sache. Das ist die ganze Sache. Das ist die ganze Sache. Das ist die beste Sache. Das ist die beste Sache. Ein Mann könnte man mit einem großen Galen reden. Aber man würde es schlafen, die sich die beste Sache macht. Die beste Sache macht, und eine große Sache macht. Man schläft etwas SICHT. Er ist bei einem Schlossal. … oder schläft zu machen. Eine Schlossal. Eine Schlossal. Ja, aber ich dachte, das war ein Glick zu machen, Ich glaube, das ist eine Art. Es ist eine Art. Nein, es ist eine Art. Es ist eine Art. Es ist eine Art. Ich weiß, dass es eine Art. Ein paar Stunden die Technologie hat, mit der Liquid. Ich will die Technologie. Wie heißt es? Ja, Geri und Stoff. Geri und Stoff, aber man hat die Jahre. Ich weiß nicht, dass er so ist. Wenn man die Geriards ausbricht, dann kann man eine extra Geriards kaufen. Die beste Idee ist, dass man ein Geriards kaufen kann. Die besten Sache, wenn man die Geriards aufbricht ist. Es gibt andere Sachen, die man auf der Universität. Die sagt man, dass man das Geriard geliebt. Sie hat es stark mit den Sempre ausbreitet. Dass man die Geriards ausbricht hat. Weil das Geriard dreht. Dann hat man das Geriard geliebt. Die besten Sache ist, dass wir seine Geriards kennen. Die nehmen die Geriards nicht. Sie hat das Buch und es macht das Blach. Es hat 20 m5s oder so. wird das echt ausgegläht, das ist alles für eine Woll. Und nur, wenn man sich den ganzen Stofftab, weil man das Stofftab kann, kann man nicht kassieren. Es ist so, wenn man den Stofftab aufnehmen kann, wenn man das normalerweise machen kann. Aber wenn man kann, wenn man den Stofftab aufnehmen kann, wenn man den Stofftab in den Ofen macht, dann ist es immer doppelt, doppelt, doppelt mit zweimal Silberpapier, you're good to go. Und bei uns, wenn man die Gas vor 20 Minuten, wenn man auch die dritte Heilung ist in der Stofftab, das ist wie die Gas kommt raus, das ist der Holler da, das ist, wenn es 15, 20 Minuten brennt, ist es ausgebrennt. So, wenn man es aufnehmen kann, wenn man es aufbrennt, das ist die beste Sache, das ist die beste Sache, dann brennt man es aufbrennt. Und wenn man es aufbrennt, dann kann man es auch besser krägen, wenn man es aufbrennt, wenn man es aufbrennt kann, dann kann man es nicht wirklich klicken, weil man es nicht echt kommt, man kann es nicht beenden, mit Filz, mit Schmitzig, mit allen Dingen gibt es die Sache. Das ist ja eine Regel, das ist die nächste Stofftab. Wenn man das, ich sage, wenn man es mal gerade vor zwei Jahren ist, ist es interessant, wenn man es geht, wenn man es nicht kommt. Ich will noch zwei Nikitas aufbrennen. Das ist fantastisch, wenn man Englund nachf éprennt. Wenn man es tutt, wenn man es brennt in Europa, als es sich alles religiously fühlt. Die Sache ist, wenn man es um, wenn man es aufbrennt, aufbrennt, geht der Mrs. Mail an die английste anz her Celschule. Auch als Schmitz nicht an dieicole. Z dentistaalk? Den Manit pitst, die Leute bestellen das Ticket kein Zeifer dir bestellen zum Schreiber zum Schreiber oder zum Schreiber und das ist nicht möglich zum Schreiber also wenn die Leute fließt sie fließt sie fließt sie fließt sie fließt sie fließt sie fließt es ist wichtig zu wissen das ist dass man darf in Sinne mit der Rössung bei einem Mal über eine Weißigkeit fliehen nicht oder nicht wenn sie verkauft die Schreiber ich will nicht keine Zeigen es ist kein Zeichen ich denke Popper Ruf die Schreiber in der Leine haben sie gut und gucken wie möglich die Zeiten nicht als Bucher wie viele Leute die Leute waren sie kommen und schicken samples samples von den Sammien vielleicht sie kommen alle die nicht 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 die ich nicht Wenn ich nichts, dann habe ich nicht mehr Zeit gelegt. Das ist ein bisschen ein Kostner. Das ist ein Kostner, aber wie klingt das? Das ist ein Kostner, aber alle sind unter – bei Airlines. Und das waren ein paar Jahre lang. Ich will nicht mehr Zeit gelegt. Wenn die meine Kostner … Vielleicht ist ihr nicht mehr Geld? Nein, der Problem ist … Ich habe einen Schmanz. Wenn ich nicht mehr Geld habe, das ist, dass ich nicht mehr Geld brauche. Ich habe keinen Geld. Nein, es ist faszinbar. Die können sie ja beten. Die können sie ja beten. Sie können sie beten, am Miel, das ist die Möglichkeit, die sie geben. Die Menschen sind die Beten, die sie geben, in der Danze. Das ist nicht ein Problem. Es ist nicht auf der anderen Seite. Sie können sie beten, weil sie das befasst haben. Wenn sie das beten, am Miel, dann können sie das befasst haben. Wo ist es? Es ist alles gut, sie müssen sie bestellen für dich. Samus bestellt für dich. Nein. Was heißt für wen sie belangt? Sie kennt es bei mir. In Thomasin, wenn du nicht gegeben, Kamil, Geistern, nicht mit den Plänen, sie soll dir geben, die Walsch für 100 Dollar, 50 Dollar oder ever. Sie ist gehrt von uns. Was ist der Flieger? Die darf sich schweine geben. Die Minute, wenn dir das gegeben Geld, sie kaufen ein Ticket, hast du bezahlt für Amil. Die hast bezahlt für Amil. Okay. Ich habe eine große Sache mit einem Unternehmen, das ist auch ein bisschen großartig. Ich habe eine große Sache gefunden. Was ist denn das nicht? Was ist denn das? Was ist denn die Unternehmen? In Amazon hat das neue Unternehmen gekauft? Und es ist nicht da? Ich habe eine Sache. Die ist mit dem Unternehmen. Oh, okay. Komm, wir müssen noch mal mal. Okay. Ist die Masse... Die haben die Unternehmen, das ist so gut, wie lange es nicht so ist. Es ist auch sehr hoch. Es ist sehr hoch. Ich habe keine Ahnung, wenn sie sich mal kommen, aber sie können sich mal kommen, Ich weiß nicht, aber es ist bei Kimmern, weil es ist bei Kimmern. Es gibt keine Dispute. Aber... Ich kenne nicht nur an Amazon, aber du bist noch stärker in Amazon. Weil du, die Bescheid ist, ist ein Käufer für Fadir. Du bist nicht in Käufer für Fadir. Du, es ist ein Käufer für extra Mils. Es gibt auch 800, 400 Menschen. Vielleicht 400 Menschen kommen dort. In meiner Meinung gibt es, in Hochberg, ich hatte noch ein Räf Schafsufik, ich habe gewohnt, dass kein Zahn, wenn ich das Kommen habe. Wie ist das Kommen? Es ist ein Kommen. Es ist ein Kommen. In der Meinung nach... Aber ich habe nur gefragt, dass ich das Kommen habe. Die Firmen, der Firmen mit einem Kommen, das Firmen, die Firmen und der Firmen, das Firmen, das Firmen und der Firmen. Das ist nicht da, es ist nicht das Schözie. Man kann es nicht anders machen, aber es ist es geschafft. Aber man sagt, Aber es ist nötig, wenn du das Pikarrus talked, und dann wird nicht nur noch cool. Aber ich glaube, ich habe einen Schloss. Du hast das Pikarrus und du hast es dichale Regeat. Du willst das nicht nachher wissen? Nein, du willst das nicht nachher wissen. Du bist so wichtig. Du kannst es nicht nachher wissen, du kannst nachher wissen, wie du es dich mit hab. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Man sagt, was das hat. Du wirst es mach'st. Da du wirst dich in der襲igen Grönchen. Aber sie wissen immer noch, und wenn du das mal in die Hand bist, dann kannst du das mal um die Arbeit machen. Jetzt kannst du dich halten und dich verbrennen. Ja, warte, du kannst dich verbrennen. Jetzt kommt der nächste Schritt, wo man einen Mann trifft, wo man einen Mann trifft, wo man einen Mann trifft, wo man sich immer immer trifft, das macht sich alle jeden Tag. Leider. Das macht sich immer nur ein Mann trifft. In den Paschern, die sind immer nur ein Wurf, oppte Du bist dasselbe von 21.000 und 23.000 und 27.000 und 24.000 und 25.000 und 25.000 und 25.000 So sagst du was für das ein Das ist ein Schmutz. Sie haben einen Schmutz. Du hast ein Schmutz. Du hast ein Schmutz. Du kommt, aber er hat eine andere Frage. Die Schmutz hat sich zwei Schmutz zwei Schmutz geschrieben. Also alle Schmutz die sich treffen mit dem Schmutz, ist das so ein Schmutz. Weil die Schmutz nicht so wichtig sind. Sie sind so wichtig auf dem Schmutz. Aber das ist so ein Schmutz. Aber da steht das in das Schmutz. Das ist keine Schmutz. Das ist eine Schmutz. Nur, ich habe mich gerade gesagt, dass das so stimmig ist. Die Schmutz ist nicht so wichtig. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das ist eine Schmutz, das ist ein Schmutz, das ist eine Schmutz. aber Rekapurna ist ein hartes Gehmeuer, das kommt immer in den Stad, also alle kommen in den Geizhan, normalerweise soll ich die Käufer in Goy. Ist die erste Sache, wenn man keine Schwachke braucht. Aber die Sache ist, man soll nicht nur einen Schwachke brauchen, man soll sich verbrennen auch nicht. Die Welt ist nicht mehr verbrennt, aber die beste Sache, man soll sich verbrennen, man sollte die Ravose, in Chivas, in Cheyachtelai, wo ist? Ja, er sollte die Minderung für die Käufer in Goy, das soll Sie sehen, Sie sollen umkommen, eine von den Zimmern, die sie verkaufen und gehen, die sie verkaufen und gehen, und verbrennen, das darfst du nicht verbrennen. Weil die verbrennen sind, die sie verkaufen und gehen. Es gibt auch ein gewisses Limmertschiss, mit dem Schilder in der Schild, hat ein gewisses Limmertschiss, als es ein Lioh ist, als es ein Kajoy zu sein, andere wollen es tun, das ist ein Tanz, bis sie wieder aufhören. Aber die beste Sache ist, wenn sie ein Schilder ist, wenn sie ein Schilder ist, sie immer kieft ihr sein, legt sie an in der Klasse, wie sie verkaufen und gehen. Nur, das ist das, was wir denken, dass das Ldiesisch ist, dass sie nicht beteiligt werden können, wenn sie nicht beteiligt werden. Wobei es sich beteiligt werden, sie deckt nur mit den Händen, die anhalten wollen, die Platz nehmen, also nehmen sie die Besen, sie nehmen sie Stecken, sie nehmen die Schuwir, sie nehmen sie etwas, die sagen, wenn sie die Erste beteiligt sind, dass sie nicht beteiligt werden können, dass sie nicht beteiligt werden, aber sie denken, weil sie nicht mehr Zeit mehr, weil sie nicht mehr, sie sehen, wie sie sahen, sie nicht mehr. Ich weiß nicht, was die Arme ist. Die Arme ist nicht so gut. 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 Wir haben alles in der Arme. Wir haben die Arme, die Arme ist nicht so gut. Aber die Arme ist nicht so gut und ich habe auch ein Arme. Wenn man das mit einem Fies Arme in die Klasit hat, das ist wahrscheinlich nicht ein kleines zwischen den Arme und den Muskel. Die Arme ist klar und man muss ihn aufgeben. Die Arme ist gut, man muss ihn aufgeben. Aber das heißt nicht aufgeben. Das heißt, die Arme ist nicht so gut. Die Arme ist nicht so gut. Aber wenn man die Arme aus dem Haus hat, dass er nicht so gut ist, dass er nicht so gut ist. Die Arme ist klar, dass der Arme ist. Aber es ist interessant, dass die Arme ist immer so gut. Ich sage meine Arme ist nicht so gut. Die Arme ist so gut. Die Arme ist so gut. Wir haben sie auch gut. wenn wir hier berührt haben, das ist eine Art und Weise. Wenn ihr euch mit euch im Zirah spielt seid, ist das nicht auch. Da gibt es zwei Drachen. Wenn du nicht vergleichen hast, hast du ja auch ein bisschen weniger. Weil du sehr vergleichen ist, wenn du nicht vergleichen kannst, wenn du nicht vergleichen kannst, kommen also rein. Es ist ein anderer. Wenn du nicht vergleichen kannst, aber du siehst diesen Tag, wenn du nicht vergleichen kannst, dann du am anderen. Wenn du nicht vergleichen kannst, Die Frau, jesuhe, 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 wirkenst du nicht auf das Gehen, die die Kuhn riecht so, die die Kuhn auf der Kuhn riecht so, wie die Kuhn nicht auf der Kuhn riecht. Aber der alte Rebbe sagt, dass sich das Gehen an der Kuhn auf dem Gagel und nicht auf der Kuhn riecht, aber nicht auf der Kuhn riecht. Du hast da gesagt, dass du schon auf der Kuhn riecht. Wo ist die andere Rebbe? Wo ist die andere Rebbe? Es ist ein zweiter Rebbe. Es gibt noch eine andere Rebbe, aber auch die andere Rebbe zu tun. Interessant. Er ist mit einer Kuhna. Er ist mit einer Kuhna. Er ist mit einer Kuhna. Aber in Pashish ist ein dick. In Pashish ist es mit Taberis. Aber wir kennen die Medifiz, die man nicht mehr machen kann. Bei Juhn ist es mit einem Kuhna. Bei Juhn ist es mit einer Kuhna. Er ist 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 mit einer Kuhna. Das ist die größte Rebbe. Wenn man nicht mehr essen kann, wenn man es in einer Kuhna ist. Nicht verbrennen. Wenn einer zu verbrennen ist, dann muss man sich nicht mehr auf die Kuhna. Aber die größte Sache ist, dass jemand in einer Kuhna ist. Das ist die größte Sache. Er hat die Kuhna. Er hat die Kuhna. Er hat die Kuhna. Und er hat die Kuhna. Er hat die Kuhna. Aber er hat die Kuhna. Oder die Kuhna. Er hat die Kuhna. Er hat die Kuhna. Aber das ist nicht mehr so. Das ist die größte Sache. Aber er hat die Kuhna. Er hat die Kuhna. Er hat die Kuhna. Es gibt es die Kuhna. Er hat die Kuhna. 버elle ist es. Er hat die Kuhna, dass es nicht mehr so viel was gibt. Aber man anfängt an den Gästen. Aber er hat die Kuhn in der Kuhna. Er sollte sich nicht ein Problem vor, aber er hat sich nicht ein Problem vor uns zu kommen. Er sagt, er soll sich nicht ein Problem vor, dass er nicht ein Problem vor und es gibt einen Problem. Er insist, dass er sich nicht ein Problem vor. Man sieht aber, als er sagt, dass er nur ein Problem ist, er ist jaStudium vor uns. Aber wenn ich es nicht ans alt, dann soll ich uns nicht ans chilly. So etwas? Ja, wenn ich nicht ansiel trabajar, dann muss das auch anderes sprechen? Kommt mir das auch nicht, fühlt sich an den Problem? Das ist ein Aja Humetz. Ich weiß, dass ich in die Kirche hin und in die Kirche habe, aber es ist ein Problem, dass der Kirche es nicht mehr kann. Das ist ein Problem. Wenn du bist, dann bist du auch nicht mehr. Ich sage dir, ich will das immer wieder mal, aber ich will das nicht mehr. Aber das ist ein Problem. Ich meine, es ist ein Aja Humetz, die Kirche sind nicht mehr. Das ist ein Problem. In der Meinung nach, wir denken, in der Meinung nach, wir sehen uns vor allem an, das war es schon vorhin, Wenn die Menschen in E-Mail machen, wir erleben alle 10 schmutz, dann kann dieser nicht nur 10 schmutz ergeben, dann nutzen die Art und die Schmutzadasd. Wenn es die Geschichte ist, dass es immer 100 schmutz darauf ist, statt die ein Gewand von 1.000 schmutz. Dein einer Art, die wir gerne 있는, aber wenn die uns auch 10 schmutziteln, dann alles 15, was immer so leicht zu tun, damit wir die Ziele sehen, in diese Schmutz. Aber es ist eine wichtige Sache, Menschen gehen in den Mall, Menschen gehen in den Halle Moid, und es ist eine feine Bakery dort, wo sie einen Fernseher machen und die Fernseher rausblosen, und es schmeckt sich nicht so, dass du da bist. Aber du bist nicht so, dass du da bist. Du bist nicht so, dass du da bist.